Wir kommen zur dritten aktuellen Debatte, beantragt von der Fraktion CDU zum Thema Sachsen. Das Land der friedlichen Revolution, das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation gehört nach Blauen und Leipzig. Als Antragstellerin hat zunächst die CDU das Wort, die Fraktion der CDU das Wort. Das Wort ergreift jetzt hier Herr Kollege Vogt. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn der Bund nach einem optimalen Standort für die Errichtung eines Zukunftszentrums für deutsche Einheit und europäische Transformation sucht, dann kommt er unter objektiven Gesichtspunkten nicht an Sachsen vorbei. Mit dem Zukunftszentrum soll ein Ort entstehen, an dem die Erfahrungen der Ostdeutschen und die Leistungen der Menschen aus- und in Ostdeutschland in den letzten 30 Jahren sichtbar gemacht werden. Es wird ein Ort gesucht für eine Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Es soll erforscht werden, Lebensleistungen sollen gewürdigt werden. Blauen und Leipzig bewerben sich gemeinsam, zwei Städte, in denen die friedliche Revolution 1989 ihren Ausgang nahm. Eingebettet in die unmittelbare Nachbarschaft zu Polen und der Tschechischen Republik steht somit nicht nur ein einzelner Standort, sondern eine ganze Region für gelebte Transformation mitten in Europa. Ich bin unserem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer sehr dankbar, dass er schon vor zwei Wochen beiden Städten die volle Unterstützung der Staatsregierung zugesagt hat. Wir als CDU-Fraktion wollen dazu auch deutlich Bekenntnis geben, und das haben wir heute mit dieser Debatte im Sinn. Wir sollten gemeinsam dazu heute auch ein Zeichen der Geschlossenheit setzen. Meine Damen und Herren, für uns als CDU-Fraktion ist klar, mit der Entscheidung für diesen Standort muss auch an die Friedliche Revolution und an die Startpunkte der Friedlichen Revolution erinnert werden. Das, was von Blauen und Leipzig ausgegangen ist, weckt noch heute die Emotionen der Menschen und verbindet Köpfe und Herzen der Menschen miteinander. Und ich kann mich selbst daran erinnern, was mir damals und vielen anderen durch die Köpfe gegangen sind, was, als wir bei den Demonstrationen mit dabei waren, was wir uns vorgestellt haben, wovon wir geträumt haben und was wir damit auch erreichen wollten. Aber wir waren nur dabei. Andere in unserer Heimat haben mit Freunden und Nachbarn und Kollegen Versammlungen organisiert. Sie haben Flugblätter geschrieben, sie haben sie verteilt, sie haben heimlich fotografiert, sie haben gefilmt und das Material an westliche Medien geschmuggelt, damit überhaupt jemand zum Beispiel in Frankfurt oder anderen Städten von dieser Entwicklung erfährt. Sie haben private und berufliche Positionen aufs Spiel gesetzt. Ja, sie haben ihr Leben riskiert, nur um einen Prozess in Gang zu setzen, der Veränderung überhaupt möglich macht. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch diesen Frauen speziell in Blauen und Leipzig für ihren Mut und Einsatz danken. Sie sind es gemeinsam mit vielen anderen in diesem Freistaat Sachsen. Sie sind die wahren Helden von 1989. Meine Damen und Herren, für dieses Zentrum bewirbt sich ein starkes Städteduo, eine wachsende Metropole Leipzig und eine mittelgroße Stadt Blauen, die eine starke Verbindung in den ländlichen Raum ins Vogtland hat. Und diese Kooperation ermöglicht es, dass wir viele Partner aus Wissenschaft und Kultur und Zivilgesellschaft erreichen und dass wir ein Netzwerk über Sachsen und Deutschland hinausknüpfen. Der Clou ist aber der Zukunftszug. Eine Idee, dieses Zukunftszentrum eben nicht nur an zwei festen Standorten zu etablieren, sondern dieser Zukunftszug soll im Land unterwegs sein. Er soll Menschen verbinden und ein einfaches Angebot machen, damit man mit Vertretern von diesen verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Dialog kommen kann. Meine Damen und Herren, ich hoffe sehr, die Jury, die über den Standort entscheidet, erkennt, dass Zukunftszentrum gehört nach Blauen und Leipzig. Es waren die Menschen in diesen beiden Städten, die im Herbst 1989 mit Mut und Entschlossenheit dem kommunistischen System die Stirn geboten haben. Für Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, freie Wahlen und Reisefreiheit kämpften. Und der Funke, den die Blauen und Vogtländer gemeinsam mit den Leipzigern dort geschlagen haben, der hat in vielen Städten ein Lauffeuer ausgelöst. Und die Menschen sind mobilisiert worden, sich friedlich für Veränderungen zu engagieren. Klar ist, ohne Blauen und Leipzig hätte die deutsche Geschichte einen anderen Verlauf genommen, hätte Europa heute vielleicht auch ein anderes Gesicht. Das darf man bei diesem Entscheid nicht zur Seite wischen. Das muss man würdigen. Vielen Dank. Die Debatte ist eröffnet. Es sprach Kollege Vogt für die Fraktion der CDU. Und jetzt erteile ich für die AfD-Fraktion Herrn Kollegen Ulbricht das Wort. Oh, Tum, entschuldige. Ach, wir haben ja noch eine Kurzintervention, auf das gerade Gehörte. Bitte, Herr Kollege Richter. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Kollege Vogt, also ich bin ganz und gar der Meinung, dass Blauen und Leipzig dieses Zukunftszentrum bekommen sollten. Ich unterstütze das aus vollem Herzen. Das hat viele Gründe. Sie haben in Ihrer Rede allerdings doch sehr prononciert die Menschen in Blauen und Leipzig als diejenigen benannt, die die friedliche Revolution vorangebracht hätten und so weiter. Da gab es noch andere Städte. Ich will das nur der Vollständigkeit halber sagen. Und zwar nicht nur Dresden, darum geht es gar nicht in erster Linie. Das war ein flächendeckendes Phänomen. Und bei aller deutlichen Hervorhebung der Leistung dieser beiden Städte, wir wollen die anderen nicht vergessen. Das war eine Kurzintervention. Und jetzt reagiert Kollege Vogt. Ja, Herr Kollege Richter, vielen Dank für Ihre Unterstützung dieses Bewerbungsprozesses für Blauen und Leipzig. Und ich habe in der Rede, wenn Sie mir genau zugehört haben, es ja deutlich gesagt, dass das die Menschen in Blauen und Leipzig waren, die damit begonnen haben. Und dass sie einen Funken geschlagen haben, der ein Lauffeuer im ganzen Land ausgelöst hat. Und dass viele andere Menschen in vielen Städten in Sachsen das dann natürlich genauso getan haben. Und insofern ist es letztendlich eine gemeinsame Leistung der Menschen im Freistaat Sachsen. In Blauen und Leipzig hat es trotzdem den Ausgang genommen. Vielen Dank. So, jetzt, Herr Kollege Thum, haben Sie das Wort. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Vogt, Sie haben vollkommen recht, die friedliche Revolution ging von Blauen und Leipzig aus. Das war der Beginn. Dort haben die Montagsdemonstrationen stattgefunden. Und ich sage es mal vorweg, auch wir würden uns freuen, wenn es in Blauen und Leipzig dieses Zukunftszentrum entstehen würde. Aber, und jedoch möchte ich mal klar und deutlich hinterfragen, was in diesem Zentrum die Zukunft der europäischen Transformation verloren hat. Europäische Transformation, was soll das eigentlich bedeuten? Ich möchte es Ihnen verraten. Die friedliche Revolution 1989 soll als Gründungsmythos für eine Transformation in einen Superstaat Europäische Union missbraucht werden. Bei der friedlichen Revolution ging es um das Zusammenwachsen von Ost und West und die Lösung von Diktatur. So zu tun, als könne man einen Bogen spannen von der friedlichen Revolution zum europäischen Superstaat von morgen, das geht viel zu weit. Wie dieser europäische Superstaat dann aussehen soll, konnten wir ja schon vor einigen Monaten auf der Konferenz zur Zukunft Europas beobachten. Nicht gewählte Konferenzteilnehmer simulierten hier oder dort Demokratie und gaben ein Wunschkonzert für die Europäische Union von morgen zum Besten. Ihr Lieblingsschlagwort lautete Transformation oder mal ganz unlateinisch ausgedrückt Umbau. Umbau will man dann aber in der Politik gar nicht sagen, weil die Menschen, gerade hier in Ostdeutschland, damit eher negative Dinge in Verbindung bringen. Der Umbau betrifft vor allem die Kompetenz der einzelnen Mitgliedstaaten, etwa bei der Einberufung des Europäischen Konvents. Hier soll das vorbereitet werden, was sich viele EU-Funktionäre und Technokraten bereits seit Langem wünschen. Die Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzips unter den Mitgliedstaaten. Dann müssen nicht mehr alle Staaten einverstanden sein, wenn beispielsweise Sanktionen verhängt werden. Die Mehrheit entscheidet über die Außenpolitik einzelner souveräner Staaten unter Ausschluss des Staatsfolges. Und wenn die internationale Lage dann eskaliert, greift künftig eine EU-Armee ein. So zumindest nach dem Wunsch von Politikern wie Emmanuel Macron. Meine Damen und Herren, beenden wir erst einmal die deutsche Einheit. Schaffen wir hier erst einmal Einigkeit im Volk. Sorgen wir dafür, dass die wirtschaftlichen Defizite zwischen Ost und West ausgeglichen werden, bevor wir den Traum der EU-Technokraten eines neuen europäischen Superstaates vollenden. Vielen Dank. Und die Linksfraktion, bitte. Frau Abgeordnete Neuhaus-Wartenberg, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, ich finde es erst einmal gut, dass wir heute darüber diskutieren. Und ich finde auch gut, dass es heute konkreter wird, weil es wird ja schon eine ganze Weile über dieses Zukunfts- und Transformationszentrum gesprochen. Dann war es zwischenzeitlich mal relativ leise und man hatte sogar den Eindruck, dass es vielleicht beerdigt werden könnte. Und deswegen ist es gut, dass die Bundesregierung dafür Geld eingestellt hat. Und es ist ordentlich viel Geld. Und deswegen wünschen wir uns, dass das dann auch ordentlich gemacht wird. Ich will nur noch einmal sagen, das sind also 250 Millionen Euro, über die wir dort reden, Bau, Unterhalt und so weiter. Es ist an der Stelle aber in der Tat, und dann wird es spannend, wenn wir über Sachsen reden oder die anderen Bundesländer über ihre Bewerbung reden, es ist aber in der Tat eben kein Geld eingestellt, was für die einzelnen Bundesländer, wenn sich dort beworben wird, für die Kampagnen und so weiter. Das müssen also die Bundesländer selber bezahlen. Und es ist so viel Geld, dass es Stimmen gibt, die sagen, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle besser aufgehoben wäre. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen. Und zwar aufpassen, indem wir sagen, wir müssen hier anders noch einmal diskutieren und müssen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle das Verfahren anders wählen. Denn ich finde, dass so wie das bis dato gelaufen ist, ist es eher kontraproduktiv für das Anliegen. Und gerade wenn wir eben in eine Debatte zur deutschen Einheit, Zukunft und europäischen Transformation einsteigen. Ich will nur noch daran erinnern, es sind also drei Seiten, die dort stattfinden sollen. Das erste ist ein wissenschaftliches Institut, das zweite ist ein Dialog- und Begegnungszentrum und das dritte ist ein Museum. Das ist erst einmal total vernünftig. Trotz alledem schreibt die Taz und da müssen wir, also wenigstens müssen wir darüber diskutieren und das Bedenken, dass es ganz schön viel auf einmal ist. Und ich zitiere eben, was von einer, Sie schreiben, was von einer eierlegenden Wollmilchsau. Darin klingt das Zentrum sehr schillernd, aber auch wie der unmögliche Versuch, alle Ansprüche auf einmal zu erfüllen. Und das wäre traurig, wenn die ganze Nummer dann scheitert, weil wir zu viel gewollt haben. Es gab Stimmen, die waren sogar sehr laut. Dass sich nochmal eine Anpassung, dass nochmal eine Anpassung stattfinden muss, was das Ursprungskonzept angeht, dass dort also nachgesteuert werden muss. Ich finde, dass es auf jeden Fall Debattenbedarf gibt, wie dieses Zentrum aussehen soll, gerade wenn wir auf die Entwicklung der letzten Zeit, der letzten Monate oder gar der letzten Jahre gucken und eigentlich auch auf die letzten 30 Jahre. Und da liegt eben der Hase im Pfeffer. Und deswegen nochmal meine Frage, warum sind wir nicht mutig genug und führen eine öffentliche Debatte darüber, und zwar um das Konzept, wie das ausgestaltet wird und was eben alles dazugehört. Der Historiker Kowalczuk findet es unsinnig, den Standortwettbewerb einzuleiten, ohne dass gesellschaftspolitisch diskutiert worden sei, welche Ausrichtung das Zentrum eigentlich haben soll. Und ich finde, dass das eine berechtigte Frage ist. Dazu kommt dann, dass hier die einzelnen Bewerberstädte, und zwar in allen Bundesländern, die sich beworben haben, wieder in eine Konkurrenz gezwungen werden, die, wie ich finde, nicht wirklich zielführend ist. Das sollte nicht gehandhabt werden wie bei der Ansiedlung von einer Fabrik irgendeines Investors auf der grünen Wiese. Entschuldigen Sie mir die Flapsigkeit. Ich sehe die Gefahr, dass da so eine sehr merkwürdige Hierarchie aufgemacht wird. Und die Debatte haben wir im Übrigen gerade irgendwie auch erlebt, welche Stadt welchem Bundesland nun den größten Anteil an der Friedrichen Revolution von 1989 hat. Ich sage das bewusst als Leipzigerin und als Sprecherin für Ostdeutschland meiner Fraktion. Ich möchte da keine Konkurrenz und ich möchte da auch kein Neid. Das hatten wir in den 30 Jahren schon genug. Und es taugt eben noch weniger bei einem Projekt, das dem gesamten Osten gebührt. Und das müssen wir verstehen, auch wenn wir aus sächsischer Perspektive reden. Es ist eine Schnapsidee für ein Zentrum, das sich der deutschen Einheit widmet, mit einem Wettbewerb auszuschreiben. Denn Konkurrenzkampf bringt keine Einheit, sondern Streit und Missgunst. Die deutsche Einheit ließe sich viel besser durch eine Institution symbolisieren, die alle ostdeutschen Länder einbezieht. Und das Transformationszentrum ist zudem ein gewaltiger Standortfaktor. Da geht es eben auch um viele ausfinanzierte Jobs, neben dem Renommee an sich. Und deswegen weiß ich, warum wir diese Debatten auch führen. Und deshalb sollte man, wenn man denn alles zusammennimmt, eine Debatte darüber führen, ob wir es nicht zusammen hinbekommen, dass jedes ostdeutsche Bundesland, auch ganz praktisch darin eingebunden werden könnte. Warum denken wir nicht einfach darüber nach, dass alles etwas zu dezentralisieren über Koordinationsstellen in einzelnen Bundesländern, die man schaffen könnte, eigene Geschäftsstellen und eigene Begegnungsorte, die könnte man einrichten. Das Zentrum darf eben nicht zu einem Ort der unkritischen Selbstbeweihräucherung werden. Es müssen auch die Fehler und Ungerechtigkeiten aufgearbeitet werden, die es während des Prozesses der Wiedervereinigung und danach gegeben hat. Das Zentrum darf nicht zum Trostpflaster werden für die Ostdeutschen, die heute immer noch an Stellen ökonomisch benachteiligt sind. Und da bin ich eben also völlig auf der Seite des Parlaments, ganz im Sinne einer europäischen Idee, geht es eben darum, unsere Demokratie zu erhalten, Zukunft zu beschreiben und Menschen zusammenzuführen und nicht zu spalten. Herzlichen Dank. Und für die Bündnisgrün, Frau Dr. Maischer, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation, das ist eine riesige Chance für die Auseinandersetzung mit den Umbrüchen und vor allen Dingen auch mit ihren weitreichenden Folgen. Es ist aber auch eine Chance für die Stärkung der Demokratie und für den Zusammenhalt in Europa. Dieses Zukunftszentrum, das kann sich endlich vertieft auch mit Fragen auseinandersetzen, die in den letzten 30 Jahren liegen geblieben sind. Und es kann sich mit diesen Fragen aus verschiedenen Blickwinkeln nähern und auseinandersetzen. Ein solches Zentrum wird Sichtbarkeit schaffen für Themen, die nicht nur Ostdeutsche betreffen. Und damit dieses Zentrum eben tatsächlich seinen Zweck erfüllen kann und möglichst viele Menschen auch aus ganz Europa erreichen kann, muss es an einem historisch authentischen Ort gebaut werden, aufgebaut werden, der für sich steht. Und das ist eben auch in der bundesweiten Wahrnehmung durchaus Leipzig und Plauen. Und noch heute ist das Erbe der friedlichen Revolution und das Erbe der Montagsdemos in Leipzig mit seiner starken Zivilgesellschaft spürbar. Dort sind vielfältige Transformationsprozesse sichtbar und sie dauern auch noch fort, die das Gesicht der Stadt, der Politik, der Wirtschaft nach 1989 veränderten. Eine große Chance ist auch, mit dem Zukunftszentrum den mittel- und osteuropäischen Blick wieder in das Zentrum zu rücken. Und Leipzig steht dafür, auch mit seinen sehr tiefen Verbindungen, zum Beispiel nach Kiew, zu den Ereignissen auf dem Maidan, zu Belarus, zu der Oppositionsbewegung, die dort heute sehr mutig für Freiheit und Demokratie kämpft. Und auch wenn diese Perspektive bei der Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte Ende der 1980er Jahre auch aus dem Fokus vieler Ostdeutscher gerückt ist, gilt es doch gerade jetzt in dieser Zeit, sich nicht nur beim ostdeutschen, beim sächsischen Blick aufzuhalten, sondern in Gänze Osteuropa, Mittelosteuropa und die Entwicklung mitzunehmen. Ein zweiter Punkt ist, wir sind in Zeiten multipler Krisen. Die bewegen uns und die werden auch verändern und auch weitere gesellschaftliche Transformationen nach sich ziehen, die vielleicht noch rasanter und umfassender verlaufen können. Und auch für diese Bewältigung braucht es den Blick zurück auf die Erfahrung, die wir haben. Was kann also ein Zentrum Leipzig-Blauen leisten? Es kann Dialog führen, dass auch den, der in den letzten 30 Jahren vielleicht hätte, vertiefter geführt werden müssen. Es muss Menschen erreichen, es muss mobil sein, statt zu verharren. Und deswegen ist die gemeinsame Bewerbung auch mit den geplanten Satelliten, Zukunftszentren, Satelliten aus meiner Sicht bestens geeignet. Es soll eben kein Leipzig-Zentrum sein, kein Blauen-Zentrum, sondern es geht darum, Menschen zu verbinden, Orte zu verbinden, Themen zu verbinden und über den Tellerblick hinaus zu klicken. Und deswegen ist es gut, dass zum Beispiel auch Chemnitz mit an Bord ist. Das Zentrum muss ein Ort für Begegnung werden, in dem Menschen aus ganz Deutschland und Europa zusammenkommen können und sich austauschen. Und deswegen ist die Frage, was Kunst und Kultur da auch beitragen kann, um auch jüngere Generationen, jüngere Menschen diese Erfahrung nahezubringen und sie erlebbar zu machen, eine wichtige. Leipzig kann mit seiner hohen Dichte an Wissenschaftseinrichtungen beste Voraussetzungen mitbringen für eine international vernetzte Erforschung sozialer, kultureller, ökologischer, ökonomischer Transformation und auch die Prozesse, die wir heute erleben. Und deswegen ist es auch gut, dass die Universität Leipzig mit ihrer wissenschaftlichen Expertise dies unterstützt. Es muss dieses Zentrum Sichtbarkeit und Strahlkraft haben. Das verdienen all die Menschen und auch ihre Geschichten, die sich für Demokratie und Freiheit hier und in Europa eingesetzt haben und sich eben auch heute noch einsetzen. Ja, die vielen Gelder, die dafür bereitstellen, sind eine große Chance. Sie sind aber keine Strukturwandelhilfen, sondern sie sind dafür da, dass etwas Neues entsteht. Es ist nicht gedacht, dafür Nabelschau und Heldentum zu bejubeln, sondern es geht darum, wie gehen wir jetzt mit den Auseinandersetzungen, vor denen wir stehen, um und was schaffen wir, was auch in den letzten Jahren seit 1989 eben nicht ausreichend passiert ist. Und deswegen ist es wichtig, dass ein Ort entsteht, wo Wissen und Transformation sichtbar gemacht wird, wissenschaftlich aufgearbeitet wird, gleichzeitig aber auch Kultur eine Rolle spielt zur Vermittlung, zur Auseinandersetzung, wo Diskurs, Austausch, Dialog im Vordergrund steht und, ganz wichtig, ein Ort, der nicht selbstreferenziell wirkt, sondern eben den mittel- und osteuropäischen Blick und die Bewegung viel stärker als in den letzten 30 Jahren mit einbezieht. Und dafür können Leipzig und Blauen stehen. Deshalb unterstützen wir sächsischen Bündnisgrünen hier im Land, im Landtag, aber eben auch aus Leipzig, Blauen und Berlin diese gemeinsame Bewerbung. Und wir freuen uns, dass das auch bei den Koalitionspartnern heute mit endlich angekommen ist und diese Debatte dazu auch dienen soll. Herzlichen Dank. Und für die SPD-Fraktion Frau Abgeordnete Pfeil. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte kurz mit der Symbolik der authentischen Orte Blauen und Leipzig an dieser Stelle ganz klar anfangen. Denn wir merken es in unserer Stadtgesellschaft und Blauen noch heute ganz deutlich, mit wie viel Stolz damals die Menschen die Demokratisierung in der DDR vorangetragen haben und noch heute in sich spüren. Und in Leipzig wird es an dieser Stelle nicht anders sein. Was für mich aber wirklich der besondere Teil dieser Bewerbung ist, dieser beiden Städte, klar ist die Symbolik, aber zum anderen noch mal viel mehr dieser Transformationsgedanke, der durch die Bewerbung dieser beiden Städte eigentlich das gesamte Land abbildet. Wir haben mit der Bewerbung von Blauen eine mittelgroße, industriell geprägte Stadt im ländlichen Raum und dem Partner Leipzig, der pulsierenden Großstadt Leipzig, der am schnellsten wachsenden Stadt in Deutschland, die somit auch das gesamte Spektrum dessen, was wir an Transformationsgeschichten und Transformationserfahrungen im Freistaat haben, wunderbar abbilden kann. Wir haben damit auch eine unglaubliche Diversität an Problemlagen, die damit beschrieben werden kann. So haben wir in Blauen zum Beispiel unglaublich viele Auspendler, Auspendler in den Westen, ein Großteil von uns pendelt nach Bayern, nach Bov. Das ist tatsächlich so. Das ist die Lebensrealität bei uns im Vogtlandkreis. Und wir haben auf der anderen Seite die Stadt Leipzig, die natürlich unglaublich viele Einpendler hat, um an diesen Wirtschaftsboom, den die Stadt eben auch einfach hat, um den Wissenschaftsboom teilhaben zu können. Und wir haben auch ganz unterschiedliche Geschichten innerhalb der letzten Jahre. So haben wir in Blauen den Wegbruch von Industriearbeitsplätzen, Stichwort Plamag oder MAN, erlebt, was ein herber Einschnitt war. Wir sehen auf der anderen Seite eine Stadt Leipzig, wo Wissenschaft, Wirtschaft miteinander agieren, wo der Subraum um Leipzig herum wächst. Und das, finde ich, ist wirklich das Besondere an dieser Bewerbung. Wir haben sowohl tatsächlich Transformationsverlierer als auch Gewinner, die damit auch ein Bild bekommen und die, glaube ich, auch wichtig ist. Um dieses ganze Thema voranzutreiben. Was mich auch besonders freut, ist, dass die Stadt Chemnitz auch schon mit als Kulturhauptstadt signalisiert hat, im Zusammenhang mit Südwestsachsen die Stadt Blauen mit zu unterstützen. Das zeigt doch auch, dass der Freistaat an dieser Stelle ganz klar gemeinsam dieses Vorhaben unterstützt. Und was ich auch besonders finde, und das hat Kollege Vogt auch schon erwähnt, ist, dass der Dialog in den Mittelpunkt gerückt wird bei dieser Bewerbung. Denn wir sehen doch gerade alle, auch in diesen schwierigen Zeiten, wo Demokratie immer wieder in Frage gestellt wird, wie wichtig es ist, Dialogformen und Begegnungen zu schaffen und die Menschen auch wieder gemeinsam daran ein Stück weit zu erinnern, mit wie viel Mühe sie sich Demokratie erarbeitet haben. Und ich glaube, das ist gut so. Ich freue mich, dass die Stadt Blauen und die Stadt Leipzig da im Schulterschluss gemeinsam für den Freistaat in die Bewerbung gibt. Und ich freue mich auch, dass ich heute hier so eine breite Unterstützung für unsere Stadt sehe und höre. Vielen herzlichen Dank. Tragen Sie den Gedanken gerne mit nach außen. Und wir beginnen wieder mit der CDU-Fraktion. Herr Abgeordneter Nowak. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, also Herr Thumm, dass 1989 vielfältige Transformationserfahrungen gebracht hat, das ist ja wohl unstreitig. Und dass man daraus auch noch heute lernen kann, das mag Ihnen da nicht so richtig einleuchten, macht es aber nicht weniger relevant. Einen Satz zu Frau Neuhaus-Wartenberg. Die Ausschreibung, die wir jetzt haben, die ist da. Die können wir auch nicht mehr ändern. Wir können uns also nur noch in diesem Feld bewegen. Und da ist der Zukunftszug ja schon angesprochen. Ich komme da auch noch drauf zurück. Am 7. Oktober gab es Proteste in Dresden und in Berlin und auch in Blauen. Ich war dann zwei Tage später in der Schule, am 9. Oktober. Das war die erste legendäre große Demo in Leipzig. Und ich war damals 14 im Leipziger Nordosten. Da, wo heute BMW, die neue Messe und ein großes Logistikzentrum stehen. Das war damals alles unvorstellbar. Am 9. Oktober haben uns die Lehrer gewarnt, geht bloß nicht in die Stadt. Da ist die Konterrevolution. Das war für uns eher eine Aufforderung, da dann direkt mal vorbeizugucken. Aber meine Mutter kam von Arbeit und die musste am Hauptbahnhof umsteigen. Von der einen Bimmel in die andere. Und dort, wo mein Vater sonst immer unseren Trabi parkte, da standen Soldaten. Und die hatten Bayonette auf ihren Kalaschnikows. Und meine Mama war eine sehr resolute Person. Aber an dem Tag habe ich sie so erschüttert wie nie davor und nie wieder danach erlebt. Wir wissen alle, wie dieser Tag ausgegangen ist. Und eine Woche später waren es 100.000 Leute auf dem Leipziger Ring. Und damit ist eigentlich schon der Hauptgrund erzählt, warum dieses Zentrum nach Leipzig und eben auch nach Blauen gehört. Es sind einfach die authentischen Orte für eine Erinnerungskultur, die weit in die Zukunft reicht. Aber es gibt natürlich noch mehr Gründe. Und das wird Sie jetzt nicht verwundern, dass ich vor allem als Leipziger über meine Heimatstadt reden möchte. Seit 800 Jahren ist in Leipzig die Welt zu Hause. Heute pulsiert dank der Ereignisse im Herbst 1989 das Leben bei Kunst, Kultur und Wirtschaft. Leipzig ist immer noch die Musikhauptstadt. Aber eben mittlerweile auch die Stadt von BMW und Porsche und DHL. Die Stadt der neuen Leipziger Schule, das Auwald, das der großen Seen im Süden. Die ewige Rivalin von Dresden, cooler als Berlin nur funktionierend. International und doch Provinz erster Klasse. Eine Stadt, in der es genauso ein Zwei-Sterne-Restaurant gibt wie die Pleißenburg, wo man nachts um drei noch Nudeln mit Wurstgulasch bekommt und wo man bisweilen unterschiedliche Leute trifft. Frau Nagel und ich von der Linken haben uns dort mal getroffen und wir waren beide recht überrascht, im selben Laden zu sein. Und das ist Leipzig. Leipzig ist die Stadt, wo mit dem Gewandhaus das größte und älteste bürgerliche Orchester der Welt zu Hause ist. Wo über 800 Jahre evangelische Thomaskirche neben der sieben Jahre alten katholischen Propseikirche steht, die im Leipziger Volksmund ab ihrer Architektur St. Trinitatis, äh, St. Tetris genannt wird. In Leipzig gibt es spannende Biotech-Startups genauso wie die älteste Agrar-Bodenbearbeitungsgeräte-Firma. Und in Leipzig sind RB-Fans genauso zu Hause wie Chemiker und Lockisten. Wir haben den größten Kopfbahnhof Europas und auch eine S-Bahn-Station direkt unter dem Markt, der übrigens der schönste in ganz Sachsen ist. Und Leipzig ist nur gut eine Stunde von der Kulturhauptstadt Europas 25 Chemnitz entfernt. Ich könnte jetzt noch viele weitere Gründe nennen, aber ich will auf einen Punkt besonders ausgehen. Die verkehrspolitisch Interessierten hier im Hodenhause wird das auch nicht überraschen. Der charmanteste Ansatz ist der schon erwähnte Zukunftszug. Dieser Zug verbindet Leipzig und Plauen mit den Menschen in den anderen Regionen Deutschlands. Dieser Zug kann das Zukunftszentrum raus zu den Leuten bringen. Genau das trägt ja die Themen eben hinaus dahin, wo die Dinge passieren. Und wir können damit an jeden Ort fahren, wo es einen Gleichveranschluss gibt und die entsprechenden Veranstaltungen dort auch machen. Schon vor der Eröffnung dieses Zukunftszentrums kann der Zug losfahren. Und damit nimmt das ganze Thema Sofortfahrt auf. Es passt deswegen perfekt zu Leipzig. Leipzig ist dynamisch. Und am Ende ist das eben auch ein Stück weit eine Reminiszenz an den Grund, warum Leipzig so eine Erfolgsgeschichte hat. Das ist nämlich Mobilität, Handel und geistiger Austausch. Meine Stadt entstand an der Kreuzung von Via Regia und Via Imperii. Und deswegen ist die Idee des mobilen Zukunftszentrums zusätzlich zu den Standorten in Leipzig und Plauen so unglaublich überzeugend. Und macht den Ansatz in meinen Augen eben auch so viel überzeugender als rein statische Mitbewerber. Kämpfen wir also alle gemeinsam um diesen Zuschlag. Das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation gehört nach Plauen und Leipzig. Es ist die Reminiszenz an Sachsen, an die ganzen Orte, die auch gekämpft haben um die Friedrichsrevolution und aus denen Leute zu den großen Demos in die Städte gekommen sind. Deswegen sind wir der richtige Standort. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Die AfD-Fraktion. Herr Abgeordneter Ulbricht, bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Was sich hinter dem nebulösen Begriff Zentrum für europäische Transformation verbirgt, ist mal nichts anderes als ein reines Ideologieprodukt. Wie ein Blick in die Eckpunkte der Bundesregierung nahe liegt. Wie zu erwarten wird das Ganze natürlich tatkräftig unterstützt von der CDU, die sich, wie schon so oft, bei grünen Transformationsfanatikern anzubiedern versucht. Und natürlich soll das Zentrum in den neuen Bundesländern errichtet werden. Weil die dortigen Bewohner ja laut Woken, Gesinnungswächtern, ganz besondere Demokratiedefizite aufweisen sollen. Scheinheilig wird versucht, die deutsche Einheit als Vorbild für eine europäische Einheit zu installieren. Das Ganze hat nur einen Denkfehler. Europa ist ein Kontinent mit verschiedenen Völkern und Nationen. Verschiedenen Sprachen und Kulturen, verschiedenen Mentalitäten und Sozialisationen. Europa hat ganz im Gegensatz zu Deutschland kein eigenes Volk. Und deshalb ist Europa auch für keines dieser Völker und Nationen ein Vaterland und wird es auch nie sein. Das Wir-Gefühl soll wiederbelebt werden, erfahren wir in einem weiteren Absatz. Was denn für ein Wir-Gefühl? Ein ostdeutsches? Wohl kaum. Ein gesamtdeutsches? Lassen Sie mich raten. Um Deutschland und das deutsche Volk geht es hierbei wohl am allerwenigsten. Ich vermute, das vielbeschworene Wir-Gefühl bezieht sich auf Europa. Und das soll nicht wiederbelebt werden. Denn so ausgeprägt ist das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Lissabon und Helsinki, zwischen Dublin und Zypern, nun auch wieder nicht. Dieses Gefühl muss vermutlich erst geschaffen werden und den Völkern, vor allem dem Deutschen, mit brachial Gewalt eingetrichtert werden. Neben der zu erwartenden Indoktrination geht es wohl auch darum, Parteigängern und sonstigen politischen Günstlingen auf Steuerzahlerkosten zu einem Versorgungsposten zu verhelfen, wo für viel Geld heiße Luft abgesondert und sich neue ideologische Schikanen für unser Volk ausdenken können. Das deutsche Volk, das immer weniger Interesse daran hat, Eurokraten und ihre Schuldenunion zu finanzieren, sich von selbsternannten demokratisch nicht legitimierten Eliten Regeln und Gesetze diktieren und sich zunehmend fremd bestimmen zu lassen. Wir diskutieren hier also unter anderem über fürstlich dotierte Schwafelposten für mutmaßliche Parteigänger, während die Wirtschaft in unserem Vaterland den Bach runtergeht. Firmen, in die Insolvenz getrieben werden, Bürger ihre Stromrechnungen und bald auch die im Supermarkt nicht mehr zahlen können und Rentner wahrscheinlich bald nicht nur Flaschen, sondern auch Lebensmittel aus dem Müll holen müssen. Hinzu kommt noch eine der wichtigsten Fragen. Was soll das Transformationszentrum kosten? Denn das Projekt unter der Leitung der Bundesbauministerin von der SPD steht, rechnen wir sicherheitshalber mal mit einer Rekordsumme. Und wer zahlt überhaupt die EU, die zu einem Drittel mit deutschen Steuergeldern am feudalen Leben gehalten wird? Oder der Zahlmeister Deutschland wird der komplett zur Kasse gebeten? Eine Regierung, die dem eigenen Volk brachiale Sparmaßnahmen aufzwingt, aber deren erwirtschaftete Steuermilliarden in aller Welt verteilt, kommt es darauf wohl gar nicht mehr an. Dieses Zentrum für europäische Transformation ist vor allem eins. Ein weiteres Argument gegen die unersättliche Krake EU. Deshalb Nein zur Transformation, Ja zum Austritt, Dexit jetzt. Dankeschön. Applaus Möchte die Linksfraktion noch sprechen? Das nicht. Dann die Bündnisgrünen, Herr Liebscher bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Stimmung der heute sogenannten Wendejahre sind in den Erinnerungen vieler Bürgerinnen und Bürger, die vor über 30 Jahren dabei waren, auch heute noch sehr präsent. Ich lausche als Wahlvogtländer mit Gänsehaut den Berichten von Herbst 89. Es sind diese Sächsinnen und Sachsen, die unsere Geschichte geschrieben haben. Es sind jene mutigen Menschen, die es wagten, im Oktober 89 den friedlichen Protest auf die Straße zu tragen. Ich möchte an dieser Stelle eine Zeitzeugin zu Wort kommen lassen, die die Bewegung in Plauen aktiv mitgestaltet hat. Frau Diana Zeholt, ich zitiere, Wir haben uns damals engagiert für demokratische Reformen in einem undemokratischen Land. Die Veränderungen, die daraus geworden sind, hätten wir, glaube ich, alle so nicht erwartet. Es gab viele positive Entwicklungen, aber es gab auch negative Infekte. Transformationsprozesse sind nie geradlinig, aber oft notwendig. Das Wichtigste für mich, Demokratie und Meinungsfreiheit, haben wir erreicht. Und wir müssen sie heute wieder verteidigen gegenüber Menschen, die glauben, in einer Diktatur zu leben und die die Würde anderer infrage stellen. Gerade deshalb brauchen wir in Leipzig und Plauen das Transformationszentrum. Wir haben für die Demokratie damals einiges riskiert. Wir sind dankbar, jetzt in einer zu leben. Und wir wollen aufklären über wirkliche Diktaturen. Zitat Ende. Werte Kolleginnen und Kollegen, warum unterstützen wir als Bündnisgrüne die partnerschaftliche Bewerbung von Leipzig und Plauen als Standorte für das Zukunftszentrum, deutsche Einheit und europäische Transformation? Neben Leipzig, der Metropole, wie Herr Nowak sehr ausführlich beschrieben hat, mit internationaler Strahlkraft gilt Plauen als das Symbol der friedlichen Revolution. Es waren die Menschen dieser Stadt, die, wie vielerorts, den Stein ins Rollen brachten. Plauen im Vogtland liegt in direkter Nähe zur bayerischen Grenze. Hier war die Trennung unmittelbar spürbar. Die Proteste in Plauen fußten bereits auf programmatischen Forderungen wie die der Initiative zur Demokratie, Umgestaltung, die Forderung für Reisefreiheit, die Reformation des Wahlsystems sowie für Pressefreiheit wurden aus Plauen begleitet. Erstmalig folgten am 7. Oktober 1989 in Plauen Tausende dem Aufruf zur Demonstration. Die Stimmung an diesem 40. Jahrestag der Gründung der DDR war trotz vieler Unsicherheiten entschlossen. Dem besonderen Einsatz des damaligen Superintendenten Küttler ist es zu verdanken, dass der erste Dialog zwischen Staatsmacht und Demonstranten friedlich verlief. Bis zu den ersten freien Wahlen setzte sich die Demonstration in Plauen, Leipzig und in vielen anderen Städten fort. Dank des Engagements dieser Menschen war konstruktiver politischer Austausch möglich. Die Gründung des neuen Forums wurde eingeleitet. In beispielhaftem Einsatz wurden hier in der Folgezeit Bürgerforen abgehalten und Gespräche geführt. Nicht nur gelebte Demokratie, werte Kolleginnen und Kollegen, auch der europäische Geist, dessen Grundstein vor über 30 Jahren in diesem Land hier gelegt wurde, zeigten sich in den Verbindungen zu zahlreichen europäischen Partnerstädten der Stadt Plauen, welche heute durch bürgerschaftliches Engagement gelebt werden. Werte Kolleginnen und Kollegen, die Geschichte der Menschen in unserem Land zeichnet sich durch ihre einzigartige Stärke aus, tiefgreifende gesellschaftliche Umbrüche zu gestalten. Der Geist von 1989 war trotz der Ungewissheit über den Ausgang von Hoffnung und Mut geprägt. Die Menschen in Sachsen initiierten einen bedeutenden Transformationsprozess. Heute sind die Erinnerungen des Umbruchs vielen von uns klar vor Augen. Wir empfinden Unruhe. Viele Menschen sprechen mit mir von ihrer Angst vor Einschnitten. Wir stehen erneut am Beginn einer politischen Veränderung der europäischen Welt. Ich unterstütze die partnerschaftliche Bewerbung von Plauen und Leipzig für das Zukunftszentrum Transformation mit Herz und nach Kräften. Denn ich bin überzeugt, in Plauen und Leipzig weiß man, was Umbrüche bedeuten. Hier lebt Mut und hier lebt Demokratie. Hier, meine Damen und Herren, sind die Geschichten lebendig, die uns den friedlichen Weg des Dialogs in die Zukunft weisen. Vielen Dank. So, ich schaue jetzt noch mal in die Runde. Gibt es noch jemanden, der jetzt... Herr Vogt, bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das, was Herr Ulbricht gesagt hat von der AfD, kann man nicht so stehen lassen. Und ich hatte mich schon gewundert, warum die vogtländischen Abgeordneten oder gebürtige Leipziger Abgeordnete hier nicht zu Wort kommen dürfen. Es war klar, Ihnen geht es überhaupt nicht um die Erinnerung an die deutsche Einheit und um dieses Zentrum. Es geht Ihnen ganz klar darum, Ihre europafeindliche Position hier darzustellen. Und Ihre Maske ist heute gefallen. Das, was Sie hier gemacht haben, das ist denjenigen unwürdig, die 1989 in diesem Land insgesamt für Frieden und Freiheit auf die Straße gegangen sind. Sie sollten sich schämen, sich eine demokratische Partei zu nennen. Das sage ich Ihnen ganz deutlich. Ihre Hirngespinste von einem europäischen Superstaat, Herr Thum, Ihre Hirngespinste von einem europäischen Superstaat, der den Leuten Angst machen soll, der dafür herhalten soll, dass es in Europa offenbar keine grenzüberschreitende Zusammenarbeit gibt, die Wirtschaft keine Verbindung möchte, die keine Kooperationen von Regionen will, sondern Sie möchten zurück zum Nationalstaat, Sie möchten die Grenzen dicht machen, Sie möchten Deutschland zuerst, das ist auch gestern an Debattenfragen herbeigeredet worden, auch von Herrn Weigand, unser Land zuerst. Das widerspiegelt Ihr Bild zurzeit wieder. Und das ist Ihre Einstellung zu dieser Geschichte. Es geht Ihnen überhaupt nicht darum, was man mit diesem Transformationszentrum und mit dieser Forschungseinrichtung bei dem Thema Deutsche Einheit, Friedliche Revolution überhaupt am Leben halten kann. Darum geht es Ihnen überhaupt nicht. Es geht einzig und allein darin, in dieser Debatte die Dinge schlecht zu reden, Erinnerungskultur auszutreten und Ihr nationalistisches Fähnchen vor sich herzuschwenken und zu sagen, wir sind die Einzigen, die sich um dieses Land kümmern. Aber das gelingt Ihnen nicht. Und ich hoffe sehr, dass die Leute das verstanden haben, was Sie hier tun. Und Herr Ulbricht, es tut mir leid, aber Sie waren leider 1989 nicht auf dieser Seite dieses Landes. Sie können es, glaube ich, nicht verstehen, dass das, was hier passiert ist, weil Sie sich, und das unterscheidet Sie von Herrn Liebscher, weil Sie sich nicht damit beschäftigt haben, weil Sie nicht mit den Leuten reden, weil Sie überhaupt nicht wissen wollen, was die Leute hier geleistet haben. Und das ist bemerkenswert. Insofern, glaube ich, sollten sich das alle ganz genau merken, wie Sie mit diesem Thema umgehen. Für uns ist das wichtig. Wir haben uns als CDU-Fraktion ganz klar hinter diese Bewerbung gestellt. Das tun wir auch. Ich bin sehr dankbar, dass es einen großen Teil in diesem Parlament ähnlich so sieht. Und es gibt eine Fraktion, die das nicht will. Und das sind Sie, weil Sie das Erbe an diese friedliche Revolution nicht hochhalten wollen. Vielen Dank. AfD-Fraktion wünscht noch das Wort im Rahmen der Redezeit. Herr Urban, dann bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich ergreife jetzt noch mal das Wort, weil die unsäglichen Vorwürfe von Herrn Vogt in dieser Debatte, die müssen richtig gestellt werden. Wenn Sie gestern Abend aufgepasst hätten, vielleicht haben Sie ja schon geschlafen, wir hatten in der Sammeldrucksache eine Diskussion darüber, ob Sachsen die Erinnerung an den 17. Juni würdig begeht. Und es ist schwer gewesen, im Ausschuss überhaupt das vorwärts zu bringen. Jetzt lenken Sie ja ein, jetzt will der Freistaat endlich aktiv werden und ein würdiges Gedenken machen. Dann würden Sie wissen, dass unserer Fraktion genau diese Erinnerung sehr, sehr wichtig ist. Und das, was wir kritisieren, ist, dass Sie dieses Erinnern missbrauchen, um Ihre Ideologie einer Transformation hin zu einem europäischen Zentralstaat vorwärts zu bringen. Und wenn Sie hier sagen, wir wollen zurück zum Nationalstaat, ich rufe in Erinnerung, Deutschland ist noch ein Nationalstaat. Das möchten Sie wahrscheinlich gerne vergessen. Aber noch sind wir ein Nationalstaat. Wir wollen da hin, wir wollen da bleiben. Wir wollen nicht zurück, wir wollen da bleiben. Aber Sie sind wahrscheinlich gedanklich schon weg. Für Sie gibt es den Nationalstaat schon nicht mehr. Sie sind ja schon bei der EU angekommen. Und auch diese ständige, unsägliche Vermengung von Europa und der EU, Sie wissen genau, dass das falsch ist. Und Sie machen es mit Absicht. Die meisten Menschen in den Nationalstaaten lieben ihre Kultur. Und Sie sind bewusste Europäer. Was Sie nicht sind, sind Eurokraten. Und Sie versuchen, die Eurokraten vorwärts zu bringen, indem Sie das Wort Europa missbrauchen. Das, was dieser Antrag zu diesem Zentrum beinhaltet, ist eben die Beschmutzung der friedlichen Revolution mit Ihren europazentralistischen Ansichten. Vielen Dank. Frau Abgeordnete Klise. Eine Kurzintervention. Ist es an? Ja. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte mich auf den Beitrag von Herrn Urban beziehen. Zunächst finde ich es der Sache nicht angemessen, wenn wir uns hier im Hause darüber streiten, wer tatsächlich betroffen sein darf, wer tatsächlich darüber sprechen darf oder nicht. Ich würde es sogar einzelnen Personen in Ihrer Fraktion abnehmen, dass sie ein ernsthaftes Interesse an dem Thema haben. Und es ist auch völlig egal, ob jemand aus Ost- oder Westdeutschland kommt. Es sollte bei diesem Thema überhaupt keine Rolle spielen. Wo es aber einen Unterschied zwischen uns gibt, und dann gibt es tatsächlich, die AfD ist die einzige Partei in diesem Hause, wo ich es immer wieder auf Veranstaltungen erlebe, wo es um die Opfer geht, die aus diesen Veranstaltungen eine parteipolitische Veranstaltung macht, die den Opferverbänden das Blaue vom Himmel verspricht, weil sie es ja nicht umsetzen muss, und die diese Menschen instrumentalisiert. Und das macht keine andere Fraktion außer Ihre. Und das finde ich unwürdig. Und diesen Vorwurf müssen Sie sich machen lassen. Herr Urban, bitte. Ja, Frau Kollegin, die Idee sozusagen, die Frage aufzuwerfen, wer aus diesem Plenum überhaupt über den 17. Juni reden darf, weil er hier geboren ist oder nicht, die Diskussion hat der Herr Vogt aufgemacht. Und die Diskussion darüber war auch nicht Teil meines Redebeitrags. Insofern war Ihre Kurzintervention ohne Bezug auf meinen Redebeitrag. Und dann möchte ich noch dazu fügen, der Vorwurf, dass man Dinge, die politisch diskutiert werden, für seine Partei instrumentalisiert, ist geradezu lächerlich. Selbstverständlich, alles, was wir hier machen, wir tragen hier Parteipositionen vor. Was denn sonst? Die Frage, ob das anständig ist oder nicht, die kann man immer wieder neu stellen. Ich sage Ihnen, das, was heute passiert, dass Sie ja die Revolution sozusagen, oder der Versuch der Revolution 1953 benutzen, um Ihre europa- oder EU-freundliche Politik nach vorne zu bringen, das ist das Benutzen, das parteipolitische Benutzen sozusagen von unserer Erinnerungskultur für Ihre Zwecke. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst doch noch ein Wort, Herr Urban, an Sie. Nachdem Sie gefragt haben, ob wir gestern Abend dann geschlafen hätten, nein, wir haben nicht geschlafen, sondern wir haben bis zuletzt sehr aufmerksam zugehört. Und vielleicht haben Sie auch die Worte von Oliver Fritsche noch im Ohr. Nachdem er ganz zum Schluss dann doch noch einmal das Verhältnis zu Russland zu überdenken, ihn auf den Weg gegeben hat, wenn wir schon von 1953 sprechen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf heute die aktuelle Debatte im Auftrag von Staatsminister Oliver Schenk bestreiten, was ich sehr gerne mache. Ja, wir alle verbinden mit der Friedlichen Revolution ganz lebhafte Erinnerungen. Ganz gleich, ob auf der Straße, in einer Kirche, beim konspirativen Treffen in Wohnzimmern oder aus der Ferne vielleicht am Bildschirm. Und wenn wir die Rufe auf der Straße hören, die flammenden Reden, wenn wir die Bilder der Demonstranten sehen und uns an die atemberaubende Geschwindigkeit erinnern, mit der plötzlich Veränderungen möglich waren, dann bekomme ich zumindest Gänsehaut. Und man merkt, welche Kraft in den Menschen steckt, wenn sie ein Ziel haben. Ein Ziel haben, das vielleicht damals auch etwas diffus war, aber es hieß Veränderung, es hieß Reisefreiheit, Pressefreiheit, Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit. Und wenn wir uns heute an die Friedliche Revolution erinnern, dann denken wir natürlich an Helmut Kohl, an Hans-Dietrich Genscher, an Willy Brandt und an den kürzlich verstorbenen Michael Gorbatschow. Sie alle und noch viel mehr haben dazu beigetragen, dass dieser Wandel möglich wurde. Aber wir denken eben auch an das neue Forum und andere Bürgerbewegungen, die Gruppe der 20 in Dresden, an die mutigen Frauen und Männer, die damals für Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie auf die Straße gegangen sind und ja, zum Teil dafür eingesperrt wurden. Viele erinnern sich an die großen Demonstrationen in Plauen mit 20.000 Teilnehmern am 7. Oktober, in Leipzig mit 70.000 Teilnehmern am 9. Oktober. Und wie so eine Saat aufgehen kann, habe ich in Annaberg-Buchholz erlebt. Ja, wir versammelten uns damals zum ersten Mal am 4. November am Emelienberg. 7.000 Menschen vor und in der Methodistenkirche. Und ich weiß, dass viele zuvor in Leipzig waren und den Funken der Veränderung mitgebracht haben. Eine Tür wurde aufgestoßen, eine Tür in ein anderes Leben. Überall in Sachsen, aber eben gerade in Plauen und in Leipzig wurde deutlich, die Staatsmacht der DDR kann diese Massendemonstrationen nicht mehr aufhalten. Das war der entscheidende Unterschied zu 53. Es rollten keine Panzer. Die Macht war gebrochen. Die Ohnmacht war vorbei. Diese Erkenntnis gab den Menschen auch in Potsdam, in Halle, in Jena und im ganzen Land Hoffnung, Mut und Zuversicht. Ja, es entwickelte sich eine Dynamik, die zum Mauerfall und zur Wiedervereinigung führte. Und deswegen sprechen wir heute in Deutschland davon, dass Sachsen die Wiege der friedlichen Revolution ist. Und deshalb gehört auch das Zukunftszentrum für die deutsche Einheit und das Europäische Transformationszentrum nach Sachsen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war aus meiner Sicht eine kluge Entscheidung der letzten Bundesregierung, das Zukunftszentrum für deutsche Einheit mit der europäischen Transformation zu verknüpfen. Denn wie wir wissen, war die friedliche Revolution in Deutschland eingebettet in eine Zeit des Wandels im damaligen Ostblock. Auch bei unseren östlichen Nachbarn gab es den Drang nach Freiheit und Demokratie. Und weder bei uns noch in den anderen Ländern war diese Transformation mit der Loslösung von der Gewaltherrschaft der Sowjetunion abgeschlossen. Es folgten tiefgreifende Veränderungen, die unsere Gesellschaften bis heute prägen. Ja, das neue Zukunftsforum bietet die Chance, unsere Transformationserfahrungen noch sichtbarer in die gesellschaftlichen Debatten und Erinnerungskultur, den demografischen Wandel oder den Strukturwandel einzubringen. Erinnerung, Transformation, Europa, die sächsische Bewerbung für das Zukunftsforum bietet all diese Dimensionen ab und verknüpft sie mit dem Anspruch, Orte der Begegnung zu schaffen. Und ja, sie erreicht mit dem Zukunftszug Menschen in den Zentren und im ländlichen Raum. Dabei setzt sie auf ein ganz starkes Netzwerk aus Wissenschaft, aus Institutionen, aus Akteuren der Zivilgesellschaft und internationalen Partnern. Und auch ich freue mich in der Tat besonders darüber, dass die Stadt Chemnitz die Bewerbung von Plauen und Leipzig mit unterstützt. Sie leistet mit dem Lern- und Gedenkort Kasperger einen wichtigen Beitrag zur Erinnerung an das Unrecht. Ja, und sie steht natürlich als Stadt der Moderne beispielhaft auch für das Thema Transformation seit 1990. Und gestatten Sie mir an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch all den anderen Einrichtungen im Freistaat Sachsen mitzudanken, die sich für das Thema Erinnerungskultur aus meiner Sicht wirklich großartig engagieren. Auch Ihnen ein ganz großes Dankeschön dafür. Ja, die Bewerbung für das Zukunftsforum ist eben nicht nur eine Angelegenheit von Plauen und Leipzig, sondern sie wird von einem ganz breiten Bündnis getragen. Auch als Staatsregierung unterstützen wir die Bewerbung ganz ausdrücklich. Unser Ministerpräsident war bei der Pressekonferenz mit den Oberbürgermeistern mit dabei und hat dies ja sehr, sehr deutlich gemacht. Es ist zweifelsohne richtig, dass Menschen in ganz Ostdeutschland zur friedlichen Revolution beigetragen haben. Nichtsdestotrotz ist die besondere Rolle von Plauen und Leipzig in den Erinnerungen der Menschen lebendig und in der historischen Forschung unumstritten. Meine Damen und Herren, in jedem Leben gibt es Zeiten und Orte, an denen sich die Richtung entscheidend ändert. Das ist immer mit Risiken verbunden, aber eben auch mit Chancen für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Ja, für mich war 1989 eine Chance, ja, ein Wunder, ein menschengemachtes Wunder. Ich weiß, dass das nicht jeder so wahrgenommen hat. Aber lassen Sie uns das Zukunftszentrum als Chance verstehen, als Chance der Erinnerungskultur und dem Wandel einen würdigen Raum geben. Lassen Sie uns deshalb heute gemeinsam ein Signal aussenden, dass wir in Sachsen über Parteigrenzen hinweg die Bewerbung von Plauen und Leipzig unterstützen. Denn hier gehört das Zukunftszentrum hin. Vielen Dank. Damit ist die dritte aktuelle Debatte beendet und ich kann den Tagesordnungspunkt schließen.